Hey oder auch Nekemin. Die meisten Menschen sagen einfach Hey Hey oder Moi Moi. Nekemin habe ich tatsächlich erst einmal gehört von einer älteren Frau zu einer älteren Frau in einem Fachgeschäft für Künstlerbedarf. Also ist unter jungen Leuten, glaube ich, nicht so wahnsinnig verbreitet. Nekemin heißt einfach tatsächlich auf Wiedersehen, also auch förmlich auf Wiedersehen. Und Moi Moi und Hey Hey ist halt einfach Tschüss. Also vom Prinzip her. Herzlichen Glückwunsch. Ihr habt in einem finnischen Geschäft eingekauft oder dass irgendjemand gemerkt hätte, dass ihr eigentlich gar keine Ahnung habt, was vor und hinter dem Wort Kassi passiert ist. Das Schöne an so Kassengesprächen ist ja, dass man selten in irgendwelche hochtrabenden politischen Diskussionen verwickelt wird, sodass man einfach mal sehr gut testen kann, wie authentisch die eigenen Mini-Finish-Kenntnisse so sind und auch so ein bisschen seine Angst oder seine Scheu ablegen kann, eine Sprache zu sprechen, die man eigentlich überhaupt gar nicht beherrscht. Ich hoffe, euch hat dieses erste Video von Survival of the Finished, ich bin immer noch stolz drauf, gefallen und ihr seid auch nächstes Mal wieder dabei, wenn ich euch Zahlen beibringe, weil Zahlen sind nämlich im Finischen super einfach und wenn was super einfach ist im Finischen, dann sollte man es schnell lernen. Es ist wirklich sehr einfach, auch einfacher als in anderen Sprachen, wo das eher kompliziert ist. Also, bis dann! Moin Moin! Bis dann! Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020